Verbinden Sie sich mit purer Fahrfreude, dank den vielseitigen Konnektivitätslösungen in Ihrem BMW mit Operating System 8. Immer mobil. Vernetzen Sie Ihr Smartphone über Bluetooth mit Ihrem BMW, indem Sie mobile Geräte und Gerät verbinden antippen. Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy. Sobald es im Menü mobile Geräte erscheint, wählen Sie es aus. Auf dem Zentraldisplay und auf Ihrem Smartphone wird nun ein Kopplungscode angezeigt. Sind die Codes identisch? Okay, koppeln. Ihr Smartphone gehört jetzt zur Liste der bekannten mobilen Geräte Ihres BMW. Von nun an wird es automatisch verbunden, sobald es erkannt wird. Für eine Android-Auto- oder Apple CarPlay-Verbindung müssen Sie auch Wi-Fi auf Ihrem Smartphone aktivieren. Im Menü mobile Geräte können Sie zwischen den bekannten Geräten wählen und Einstellungen anpassen. Zum Beispiel, ob das Telefonbuch nur mit Ihrem eigenen Profil verbunden werden soll. Oder aktivieren Sie Ihr Smartphone als Medienquelle. Tippen Sie auf Apple CarPlay, um Ihr Smartphone automatisch via Wi-Fi zu verbinden und Apple CarPlay zu starten. Wischen Sie nach rechts, um die App-Übersicht zu öffnen. Der Home-Button oben links bringt Sie zurück zum BMW-Menü. Oder tippen Sie einfach auf die BMW-App im Hauptmenü von Apple CarPlay. Folgen Sie auch weiterhin unserer How-To-Serie, um das Beste aus Ihrem BMW herauszuholen.